Wie du herausfindest, ob sich eine Immobilie rechnet, das zeige ich dir jetzt in dem Video. Wir haben mittlerweile über 80 Einheiten eingekauft und ich gehe mal auf eine Strategie ein, die relativ safe ist, aber gleichzeitig auch noch eine gute Rendite abwirft. Ich habe dir fünf Punkte zusammengetragen, wie du jetzt als Neuling einiges auf jeden Fall mitnehmen kannst, aber auch als erfahrener Investor vielleicht den einen oder anderen Punkt mitnehmen kannst, wie du was in deiner Struktur verbessern kannst. Flip oder Bestand? Das soll auf jeden Fall zuerst definiert werden, weil wenn du einen Bestand kaufst, kannst du anders rechnen, wie wenn du einen Flip kaufst. Ich würde grundsätzlich immer bei einem Flip, aber aktuell nicht irgendwie so ein Eigennutzerding, auf den letzten Drücker den maximalen Preis rausholen, flippen, versuchen, sondern ich würde eher versuchen, eine Kapitalanlage zu flippen. Das heißt, ich baue ein Kapitalanlageprodukt für den Anleger, sodass du während des ganzen Prozesses quasi den Plan B, also Plan A ist ja der Flip, Plan B ist der Bestand, wovon man nicht ausgeht, dass man den braucht, aber dass der Plan B den Plan A so lang durchfinanziert, bis da endlich der Käufer gefunden wurde, der passende. Da hast du nämlich gar keinen Stress, wenn es ein bisschen länger dauert und gerät es auch nicht unter Druck. Wenn du dich entschieden hast, Flip oder Bestand, dann kannst du den Weg einschlagen, den entsprechenden. Das ist meine aktuelle präferierte Möglichkeit, die ich sehe bei Eigentumswohnungen, bei Mehrfamilienhäusern, die nehme ich gerne langfristig in den Bestand, aber ich gehe jetzt hier bei dem Beispiel auf ein Flip ein, also eine Eigentumswohnung, die gekauft und wieder verkauft werden soll. Da habe ich auch aktuell einen Paketdeal gemacht. Diese Woche haben wir den beurkundet. Das war eine vermietete kleine Wohnung, eine leer stehende, bisschen größere Wohnung, wurden im Paket vom gleichen Eigentümer erworben. Springen wir mal kurz rein. Ich nehme jetzt als Beispiel die Vermietete mal ran. Hier die Vermietete von den zwei. Da war der Angebotspreis 110.000, der letztendliche Kaufpreis 95.000 Euro. Wir haben in der Kalkulation noch 5.000 Euro Renovierungskosten berücksichtigt, Nebenkosten und Makler auch mit dabei. Gesamtkaufpreis, also mit allem Zeugs, 111.000 Euro. Das sind dann pro Quadratmeter mit allen Kosten berücksichtigt 2.710 Euro und 12 Cent. Das ist der Einstand. Die Ist-Miete aktuell ist 480 Euro. Potenziell könnte man hier 600 Euro Miete verlangen bei einer Neuvermietung. Die Ist-Rendite ist in Bezug auf den Kaufpreis 7,5 Prozent. In Bezug auf die Sollmiete und auf den Kaufpreis 8,84 Prozent. Eingesetzt wurde am Eigenkapital die Nebenkosten. Die Renovierung hat ja noch nicht stattgefunden, weil der Mieter ist ja aktuell noch drin. Deswegen haben wir hier 116.000 Euro Eigenkapital reingerechnet. Und so würde jetzt der Case aussehen, wenn man sich das Ding mal anschaut. Punkt 2, ein Cashflow-neutraler Flip. Das heißt, während der Zeit, wo der Flip in Gange ist, zwischen Kauf und Verkauf, habe ich eine gesicherte Einnahme, um halt relativ entspannt agieren zu können. Das heißt, keine Kosten monatlich, keine exorbitanten Kosten monatlich und keine Uhr, die gegen mich tickt, keine Zeit, die gegen mich läuft, weil ich einfach ganz entspannt hier meine Mieteinnahmen habe, hier in dem Beispiel 480 Euro, 500 Euro Pi mal Daumen habe ich Kosten im Monat, je nach Zins, plus minus paar Prozent Zins. Und dann dauert es halt einfach eine Weile, bis der Verkaufs-Case eintritt, bis ich die Miete angepasst habe, bis alles besser ist wie vorher. Also die Immobilie muss ja besser werden, damit ich auch einen höheren Kaufpreis erzielen kann. Und wenn das dann irgendwann soweit ist, kommt ein Käufer und kauft sich das Ding und ich kann den Gewinn realisieren. Aber bis dahin läuft alles relativ easy und kostenneutral. Punkt 3, Sachwert berechnen. Das heißt, alles hat einen Wert. Wie hoch ist der Wert? Immer so viel, wie irgendjemand bereit ist zu zahlen. Bei dem Beispiel jetzt war der geforderte Kaufpreis 110.000 Euro, wir haben aber nur 95 bezahlt. Das heißt, das Objekt war nicht 110.000 Euro wert, sondern nur 95, denn das haben wir bezahlt. Niemand anderes hat mehr dafür bezahlt, sonst wäre natürlich der Kaufpreis nach oben gegangen. Und der Sachwert, unserer Meinung nach, zum Einstandsszenario mit den schlechten Faktoren und so weiter, wo da noch optimiert werden müssen, war halt nicht höher. Ziel ist, den Sachwert zu erhöhen, damit jemand anderes bereit ist, einen höheren Kaufpreis zu einem späteren Zeitpunkt zu bezahlen. Der vierte Punkt ist der, den Cashflow richtig einzuschätzen. Also bei der vermieteten Wohnung, da habe ich ja eben schon die Zahlen, Pi mal Daumen gedroppt, da ist die Miete 480 da, die Sollmiete soll 600 sein, da ist es relativ einfach, das einzuschätzen. Da weiß ich ganz genau, wo die Reise hingeht und ich weiß auch schon, wo die Reise herkommt. Bei der zweiten Wohnung, die im Paket mit dabei war, die wurde übrigens für 145.000 angeboten. Wir haben 130 bezahlt, konnten den Paketpreis realisieren, weil der Verkäufer dann dementsprechend ganz entspannt hier beide Wohnungen loswerden konnte mit dem sofortigen Case. Ist Miete es 0 Euro, weil die ist ja leer stehen, also da geht gar nichts mit Erhöhungen und so weiter. Weil die ist ja leer, kann neu vermietet werden. Habe ich jetzt einfach mal 700 Euro angenommen und da sieht man schon, also 700 Euro Sollmiete bei 660 Euro Zinsen im Monat, 5,5% variabel, schiebt ordentlich rein, aber es ist ja nur eine Zwischenfinanzierung, bis es dann irgendwann verkauft wird und für den Case ist es definitiv okay. Da muss ja nicht am Cashflow Geld verdient werden, sondern einfach nichts draufgelegt werden, sodass dann im Verkaufsfall sich der ganze Deal rechnet. Und der letzte Punkt ist, das Verkaufsszenario richtig einzuschätzen. Bei der leer stehenden Wohnung kann man sich die Frage stellen, ob man es mal kurz probiert nach einer Renovierung. Also ich habe jetzt hier keine Renovierung einkalkuliert, sondern nur eine Vermietung und einfach einen Vertrieb über einen Kapitalanleger. Da könnte ich jetzt eine Renovierung noch einplanen, zum Beispiel, dass wir halt leer stehend versuchen zu verkaufen und dadurch den Mehrwert haben und ein schöneres Objekt anbieten können. Der Vorteil des leer stehenden Objektverkaufs wäre der, man kann auch Eigennutzer ansprechen. Ich sehe hier tatsächlich einen möglichen Verkaufspreis von 3.200 bis 3.500 Euro, wenn man da in der Vermarktung gut unterwegs ist. Das Ganze berechnet sich wie folgt, Quadratmeterpreis mal Wohnfläche, kommt halt was raus. Dann haben wir so ein bisschen Tabelle gemacht, dass man sieht, in welcher Range bewegt man sich. Gewinn, potenzieller Gewinn, Marge, die Marge in Bezug auf den Verkaufspreis gerechnet und dann die Eigenkapitalmarge. Das ist halt das Interessante. Also ich mache mit 20.000 Einsatz hier 22.000 Gewinn. Das ist dann über 100 Prozent, habe ich mein Eigenkapital verbessert. Wenn man die Finanzierung ohne Eigenkapital hinbekommt, umso besser. Dann bezahlt man quasi mit seiner Zeit, weil man halt die Zeit aufwendet und daraus Geld verdient. Wir würden jetzt hier auch ein bisschen Zeit natürlich reinbringen, aber so würde ich das Ganze rechnen. Bei der anderen Wohnung sieht es ein bisschen anders aus. Die kann man ein bisschen teurer verkaufen, würde ich sagen, weil die kleiner ist. Das Wichtigste ist, entscheide dich, willst du flippen oder Bestand machen? Wenn du einen Flip machen willst, worauf ich bei einzelnen Wohnungen aktuell immer ein Augenmerk habe, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass der Bestand weiterläuft, nebenher im Hinterkopf, um quasi deine Kosten zu covern, dass du nicht in eine Drucksituation reinkommst und die Uhr nicht gegen dich tickt. Dann muss der Wert der Immobilie auf jeden Fall richtig eingeschätzt sein. Das heißt, du darfst nicht zu viel bezahlen, weil wenn du zu viel bezahlt hast, dann kommst du vielleicht schon irgendwann wieder raus, aber halt nicht kurzfristig oder mittelfristig. Der Gewinn liegt in der Regel im Einkauf. Dann musst du den Cashflow richtig einschätzen, wie viel Kosten und wie viel Einnahmen kann ich generieren über die Zeit, damit ich weiß, komme ich unter Druck oder nicht. Wir haben auch zwei Objekte, die bedauerlicherweise gerade Ladenhüter geworden sind. Ich denke, jeder, der schon länger am Markt aktiv ist, hat sowas gerade. Da muss man auch drüber reden. Und wenn das halt beim ersten Deal passiert, hast du ein Problem. Deswegen schau wirklich, dass du den Cashflow richtig berücksichtigst und berechnest. Sag vielleicht lieber Nein einmal, anstatt den falschen Deal zu kaufen. Und dann muss natürlich als fünftes, als letzter Punkt, das Verkaufsszenario richtig eingeschätzt werden. Und du musst wissen, wen du ansprechen willst als Zielgruppe und das Umsatz nicht gleich gewinnest. Berücksichtige alle Kosten richtig und dann läuft das in der Regel auch. Das war eine Vorgehensweise, wie ich jetzt bei Eigentumswohnungen grundsätzlich aktuell gerne vorgehe. Überschaubares Risiko mit Gewinnpotenzial. Wie macht ihr das aktuell? Habt ihr noch einen Punkt, den ihr vielleicht noch als sehr wichtig erachten würdet und da gerne aufnehmen würdet in die Liste mit? Let me know.